Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir begründen ja heute fast schon eine kleine Tradition. Zum dritten Mal sind wir hier zusammengekommen auf Einladung der Medienberatung Nordrhein-Westfalen. Das ist ein drittes Mal. Im Rheinland ist das schon eine Tradition. Ich komme aus Ostwestfalen, da braucht man ein bisschen länger. Aber ich freue mich, dass dieser große Saal heute wieder so gefüllt ist und ich freue mich, dass Sie alle da sind. Das Motto ist ja hochspannend. Man kann ja als alte Lehrerin immer dann überlegen, warum haben die diese zwei Punkte gemacht. Ich hoffe, dass es nicht nur Punkte sind, die so einen Abschluss markieren, sondern dass es Ausrufezeichen sind. Und ich hoffe auch, dass dieser Bildungskongress heute wieder dazu führt, dass Sie noch ein Stück weit erfolgreicher nach Hause gehen. Denn ich beginne auch mein kleines Grußwort mit einem Zitat. Das macht sich eigentlich immer ganz gut. Aber dieses, hoffe ich, passt auch zu diesem Kongress. Es heißt nämlich, und Henry Ford hat es einmal gesagt, zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammen gekommen sind wir ja. Zusammen bleiben ein Gewinn und zusammen arbeiten ein Erfolg. Also insofern hoffe ich auf viel Erfolg am Ende dieser Tagung. Ich habe mir natürlich auch durchgelesen, was Sie alles anbieten. Das ist ja eine ganze Menge. Und manchmal möchte man ja ganz gerne auch aus dieser Rolle, aus dieser Funktion, die ich jetzt bekleide, herausrutschen und wieder einfach auch mal so, nur so an einem Workshop teilnehmen. Ich habe mich dann entschieden, und das werden Sie auch verstehen, dass ich mir den Workshop Leseschule anhören würde. Deswegen, weil es eine alte Verbundenheit zu meiner beruflichen Heimat nach Gütersloh gibt. Irgendwo im Saal sitzt Frau Hellmann. Liebe Frau Hellmann, guten Morgen Ihnen aus Düsseldorf. Meine Damen und Herren, erfolgreiche Menschen, das habe ich gesagt, werden Sie nach Hause gehen. Das liegt aber auch daran, dass es letztlich nicht nur, wie im Ursprung, um Lernen allein geht, sondern Sie haben allein durch den Ansatz Ihrer Inhalte, die Sie besprechen wollen, die Sie besprechen werden, gezeigt, dass Sie die Gesamtpersönlichkeit des Schülers und der Schülerin anpacken wollen. Dass Sie da ganz konkret etwas wissen wollen. Und da sind Kompetenzen zu erweitern bei den Schülerinnen und Schülern, die natürlich ausgehend vom Lesen, von der Lese- und Sprachkompetenz, aber doch auch, und Sie haben es eben so deutlich betont, in die Medienkompetenz, die sehr, sehr wichtig ist, die wir nicht vernachlässigen dürfen, hineingeraten. Aber auch, und nur dann wird ein Mensch richtig in seiner Persönlichkeit rund, wenn man eben auch die kulturellen und die sozialen Komponenten mitbedenkt. Und das tun Sie ja heute. Wichtig ist, und das eint uns ja alle heute, die Lebenschancen der jungen Menschen, der Kinder und der Jugendlichen zu erweitern. Und das ist sicherlich mit diesem Kongress, von dem ich erst gesagt habe, es ist ein Bildungskongress, aber es ist eigentlich viel mehr. Es ist ein Bildungspartnerkongress. Und wir sind natürlich dankbar, dass all diese Partner, die hier aufgelistet sind, diesen Schulterschluss auch zur Schule suchen. Wenn man so fast am Ende einer Legislaturperiode steht, dann wird man ja auch immer gefragt, was ist denn so deiner Ansicht nach besonders gut gelungen? Da kann man einiges aufzählen. Einiges muss auch noch ein bisschen gefeilt werden. Aber froh und dankbar bin ich doch dafür, dass ganz viele unserer Kolleginnen und Kollegen erkannt haben, es geht um den einzelnen Menschen, es geht um die individuelle Förderung. Nicht nur, weil sie im Gesetz festgeschrieben steht, sondern weil es auch so ist. Und darum müssen wir ganz viele Zugänge, wie wir sie ja auch für uns beanspruchen, suchen, um Wissen zu vermitteln und Erziehung zu ermöglichen. Und diese vielen Zugänge, die bieten heute eben unsere Partner an und dafür bin ich Ihnen ausgesprochen dankbar. Natürlich gibt es diese langen, guten Partnerschaften, das ist ja schon fast eine Symbiose zur Bibliothek beispielsweise. Einer ihrer Workshops heißt ja, die Schule ist nur so gut wie die Bibliothek. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist schon ganz wichtig, dass man diese Verwandtschaft, diese Beziehung sucht. Ich bin ganz viel im Land unterwegs und ich sehe, dass an vielen Schulen sogar Schule und Bibliothek in einem Hause stattfindet. Ich meine, da sind natürlich die Zugänge ganz besonders gut, da freue ich mich besonders drüber. Aber natürlich unsere Museen, die sind Schatzkammern. Sie haben es eben ja auch erwähnt und diese Schätze kann man heben und die Türen stehen da offen. Das ist eine gute Sache, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Über Medienkompetenz, ich glaube, da sind wir uns alle in diesem Saal einig. Da müssen wir viel tun. Wir dürfen Medien nicht verteufeln. Wir dürfen nicht sagen, Gottes Willen, das wollen wir nicht anpacken. Und ganz im Gegenteil, kompetent sein für neue Medien, das ist das Stichwort. Das werden wir auch nicht zurückdrehen, das wollen wir auch nicht zurückdrehen. Und dazu brauchen wir natürlich an dieser Stelle wirklich auch unsere Unterstützer. Meine Damen und Herren, ich habe viel von den Partnern jetzt gesprochen und der Dankbarkeit, dass sie hinter uns, neben uns, bei uns stehen. Aber lassen Sie mich in diesem kurzen Grußwort bitte auch einen Partner, der hier immer erwähnt ist, im Rahmen von Schule, nicht unerwähnt lassen. Ich finde es wichtig, dass wir, weil ich ja auch Ministerin für Schule und Weiterbildung bin, dass ich eben unsere Volkshochschulen nicht vergesse, die mehr und mehr ja auch die schulischen Belange mit aufgreifen und sehr helfen, den Erziehungs- und den Bildungsauftrag auch zu unterstützen. Und, meine Damen und Herren, ganz viele von Ihnen sitzen hier im Saal, deswegen ein Wort an die Partner. Helfen Sie mit, liebe Partnerinnen, liebe Partner, helfen Sie mit, dass diejenigen auch unterstützt werden, nicht nur inhaltlich in ihrer Arbeit, sondern darüber hinaus, die täglich letztlich die Verantwortung für unser Land in ihren Händen tragen. Unterstützen Sie bitte 195.000 Lehrerinnen und Lehrer, die wir im Land haben. Würdigen Sie Ihre Leistung, helfen Sie mit, und das ist nicht nur eine rein inhaltliche, beigeordnete, wichtige Funktion, sondern helfen Sie mit, dass meine Lehrerinnen und Lehrer im Land, die diese wichtige Aufgabe für die Zukunft leisten, auch zu der Wertschätzung wiedergeführt werden, die Sie einmal hatten. Das ist in den letzten Jahren, wie ich empfinde, ein Stück weit vor die Wand gefahren. Wir müssen an dieser Stelle ganz, ganz viel tun. Sicherlich ist auch so ein Bildungskongress, ein Bildungspartnerkongress, ein Beweis für Gemeinschaft. Aber helfen Sie an dieser Stelle auch unterstützend mit. Ich danke Ihnen allen. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus